Ich weiß, dass ich die falsch gemacht habe. Na gut, dann halt nochmal. Wunderbar! Video können wir abbrechen. Oh, ne. Jetzt machen wir nicht... Och, scheiße. Was? Müssen wir dann mit der Spion-Ding nochmal machen. So. Dann machen wir das halt nochmal. Ist ja auch nicht so schlimm. Sehen Sie sich hier um und bringen Sie viel in Erfahrung. Verwenden Sie Spione, um unerkannt zu bleiben. Neues Einsatzziel erhalten. Wir haben diesen Mirage-Panzer als sowjetischen Apokalypse-Panzer getarnt, um Truppen hinter die feindlichen Linien zu transportieren. Bleiben Sie in seiner Nähe, solange sein Tarnfeld aktiv ist. Dadurch sind Sie unsichtbar. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Solange wir die zwei Apokalypse-Panzer am Anfang kriegen, ist das Ganze relativ einfach. Weil dann ist ein Stadion weniger da. Neues Bonusziel erhalten. Unfuster, oder? Ja, naja. Y-y. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Einsatzziel erreicht. Neues Einsatzziel erhalten. Lass mich die bloß kurz wieder bestechen da. Bleib kurz stehen. Ja Sir. Jeder hat seinen Preis. Feindliche Einheiten entdeckt. Was soll ich tun? Commander? Guten Tag Sir. Einheit verloren. Was ist Neues? Hallo? Der bestecht die doch. Ja, der wollte nicht. Operation läuft. Den einen hat er vorher überfahren und den anderen, der hat irgendwie nicht reagiert. Jetzt? Erwarte Befehle. Jawohl. Ja Sir. Bin unterwegs. Moment, ich schnapp mir aber die zwei Hammerpanzer da. König und Vaterland. Ich werde den Miragepanzer auf die andere Seite des... Ja. Nächstes Mal fahre ich Panzer, ja? Der rekrut gerade. Nächstes Mal fahre ich Panzer, ja? Ja genau. Ein Baseballstadion. Jede Kirov ist bestückt mit einer 50 Megatonnen Bombe und fliegt zu einer alliierten Stadt unserer Wahl. Das ist Sparta. Die Sowjetunion benutzt modifizierte Stadien in Havanna als Ausgangspunkt für Bombenangriffe. Wir müssen diese Stadien zerstören. Es darf kein Kirov-Luftschiff den urbanischen Luftraum verlassen. Oh, ein Woodballstadion. Also ein Soccerstadion. Lass mich eben noch... Wo war das? Ach da. Vielleicht habe ich hier einen Sweetspot. Mischen wir Sie auf. Neues Einsatzziel erhalten. Eine Einheit wird angegriffen. Jetzt hätte ich einen Schweller erklären, weil ich die Karte so ein bisschen besser kennengelernt habe. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Wird gebaut. So. Gleich kommt noch mehr. Feuer. Bau abgeschlossen. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoption. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Einheit verloren. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Das soll wohl ein Witz sein. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Okay. Circa unerbockiert. So. Ein Stadion haben Sie völlig zerstört. Keine Sorge. Wir haben noch reichlich Kiros in peto. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffelt. Wird gebaut. Was? Wird gebaut. Ausbildung. Der Reiche. Wo ist das Problem? Bau abgeschlossen. Der Reiche. Wo ist das Problem? Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Der Reiche. Wo ist das Problem? Eine Einheit wird angegriffen. Es ist noch eine Kiros gestartet. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Sie haben noch eine Kiros gestartet. Drei Kiros in der Luft gerade. Sie will den Brut nennen, mein Freund. Javelin einsatzbereit. Wird gebaut. Javelin einsatzbereit. Der Stützpunkt wird angegriffen. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Soll ich etwas auf den Weg räumen? Bin unterwegs. Mit Vergnissen. Javelin einsatzbereit. Keiner fliegt da lang. Eine fliegt nach Norden. Kein Grund zur Norden. Eine, die auf mich zukommt, die nehm ich schon. Logisch. Mach sie fertig. Ich muss ja nicht zu dem Bullfrog da aufpassen. Unzureichende Mittel. Alles klar. Verstanden. Wir haben Renten, mein Freund. Ich verspreide. Unser Stützfonds hat angegriffen. Sagen Sie, was zu tun ist. Es ist noch eine Kiros gestartet. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Beide. Ich bin bereit. Alles ist gut. Kein anderer Bauplatzplatz. Wieso? Sie sind in guten Händen, mein Freund. So, weil das noch nicht fertig war. Bau abgeschlossen. Schau dir, Alter, anzuholen. Lass gebaut. Wow. Thorsten, vor allem bis die traktischen Boote befördert werden, ne? Es kommt immer darauf an, wie viel Bedrohungsanzeige du gerade hast. Das sollte mir jetzt auf jeden Fall einen gewaltigen Vorteil vom letzten Spielen geben. So, endlich verbesserte Luftfahrt. Ich mache endlich Schaden mit meinen Fliegern. An die komme ich nicht ran, an die südliche. Okay. Dann muss ich jetzt aber erstmal die Mix hier wegmachen. Du kommst hier nicht weg, kleine Key rauf. So gut wie erledigt. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbindeter wird angegriffen. Schnell weg. Not gebaut. Es ist noch eine Key rauf gestartet. Freund. Keine Sorge. Apollo hier. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Mit auf Empfang. Der Himmel sieht gut aus. Spielen wir. Auf geht's. Aber ich bin der Dörrung. Komm her nach Hause. Es ist noch eine Key rauf gestartet. Die Kirov da hinten, die gehört auf jeden Fall dir. Die Kirov ist abgeschlossen. Oh, jetzt sind sogar zwei. Sie haben noch eine Kirov gestartet. Das ist meine. Nebenbei habe ich noch eine Mikro im Himmel geholt. Das ist gut. Je weniger Mikser im Himmel sind, umso eher können meine ganzen Jäger und Bomber irgendwo hin. Okay. Dann können wir ja jetzt endlich Sentry Bomber bauen. Unser Verbilder wird angegriffen. Wer wird gespielt? Bau abgeschlossen. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Boah, diese Wellen. Sie sind ja noch lästiger als eine Fliege. Es wird Zeit für die Fliegenklatscher. Es ist noch eine Kirov gestartet. Wird gebaut. Unser Verbilder wird angegriffen. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Reparatur läuft. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Wir haben einen Sammler verloren. Oh, wo kommt der denn jetzt her? Es wird Zeit, oder? Das ist hier. Sie haben noch eine Kirov gestartet. Unzureichende Mittel. Der ist so nervig. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Ein Hauptverloren. Unser Schlusspunkt ist angegriffen. Umgebung sicher! Sichere Gebiete! Seem hier, Sir! Feiner hat seine große Marine baut. Ich schicke meine Vindicator zu der Dreadnought dahin. Präzisionsangriff bereit! Bereit, Sir! Wo ist das Problem? Feindlicher Ingenieur entdeckt! Eine Einheit wird angegriffen! Commander! Was macht er in meinem Luftraum? Unzureichende Mittel! Muss nachlassen! Wird gebaut! Sie haben noch eine Kirov gestartet! Unzureichende Mittel! Nach Süden kommen zwei... Ja! Da meine Jäger kann ich da nicht hinchecken, da ist zu viel Luftabwehr! Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs! Sie zählen auf uns! Unzureichende Mittel! Sie sind in guten Händen mein Freund! Eine Einheit wird angegriffen! Unzureichende Mittel! Okay, da sind deine Tragflächenboote schon da! Sie sind in guten Händen mein Freund! Es ist noch eine Kirov gestartet! Unzureichende Mittel! Ein Spielistas ist für uns! Kann ich selbst vostra diffuser... Mit dir meine Jäger prób w JJK Es wird Zeit, oder? Es ist noch eine Kirov gestartet. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wie ist Kieber bereit? Alles ist gut. Unzureichende Mittel. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Wir sind uns unterwegs. Wir sind unterwegs. Wie lautet unser Befehl? Empfange Sie laut und deutlich. Wir tun, was getan werden muss. Der Himmel sieht gut aus. Tata, Norden. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich höre. Unser Stutzpunkt wird angegriffen. Unser Stutzpunkt wird angegriffen. Das ist gleich die nächste. Direkt daneben. Und in deinem Lager ist schon wieder was. Ja, ich... Weiß auch nicht, was ich grad fehle. Unser Verbindeter wird angegriffen. Lassen Sie die Kiste. Unser Stützpunkt hat angegriffen. Einzug verloren. Brauche ich gerade was zu. So. Für den Frieden. Dann schicken wir mal alles auf einmal. Ich bin soweit. So gut wie erledigt. Hat hier irgendwelche Jäger noch unterwegs? Eine Einheit wird angegriffen. Ein, wir ab. Es ist noch eine Kiros gestartet. Zeitbombe bereit. Position wählen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ziel wählen. Schauen wir mal ob das was bringt. Ja. Haben wir es doch. Ich glaube die Kirov muss noch runter geschossen werden. Dann haben wir es geschafft. Sobald die Kirov weg ist haben wir es. Sobald die Kirov weg ist haben wir es. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Achja. Hast du schon ne? Meine Jäger sind leider gerade alle drauf gegangen. Aber sobald ich wieder zwei Jäger habe schicke ich sie drauf. Schießen wir den Feind in die Steinzeit. Schießen wir den Feind entdeckt. Einsatzziel erreicht. Präparatur läuft. Wie kann ich ihnen nur danken? Mir fällt ein Stein vom Herzen. Das hätte eine Katastrophe geben können. Ja. Kaum hat man genug Sentry Bomber funktioniert das ganze auch. Ne Katastrophe. Ja.